Hallo, ich bin hier vom Bundesverfassungsschutz in Köln. Hier war gerade eine Mahnwache dagegen, dass der Generalbundesanwalt Range Ermittlungen gegen Netzpolitik.org aufgenommen hat wegen Landesverrat. Ich möchte an der Stelle einfach den Herrn Range nochmal fragen, was denn mit den Ermittlungen war, als das Handy der Kanzlerin abgehört worden ist und als das Handy von allen Menschen in Deutschland abgehört ist. Und was mit den Ermittlungen wegen Landesverrat ist, wenn der Bundesaußenminister in dem Programm Iconal ausländischen Geheimdiensten den Zugang zu deutschen Internetkabeln gewährt. Das sind so Fragen, da frage ich mich irgendwie, wie kann man denn gegen Leute ermitteln, die diese ganzen Missstände aufdecken und diese Praktiken offen liegen? Und wie kann man halt so tief in diese Pressefreiheit eingreifen? Herr Range, ich habe das Gefühl, bei Ihnen geht es nicht darum, dass Abhören unter Freunden gar nicht geht, sondern Ermitteln unter Freunden, das geht gar nicht. Und das finde ich scheiße.